Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Das heißt, Heidi, dein Leben wird sich jetzt beträchtlich ändern. Das nimmst du billigend in Kauf. Das heißt, du wirst reisen. Hast du irgendeinen eifersüchtigen Verlobten oder macht der mit? Oder gibt es da jetzt noch eine Diskussion, eine größere? Also jetzt muss ja jeder davon ausgehen, Eltern, Freunde, dass du es werden könntest in den letzten sechs. Ich hoffe, der Freund macht nichts. Das hoffen wir auch. Ist er da? Hat sie mitgebracht? Nein, der guckt zu Hause fern. Der guckt zu Hause fern. Hier ist sie. Also guckst du dir doch mal gut an. Wir geben dir auch ein Tape von der Sendung, falls du jetzt öfter unterwegs bist. Aber manche Models nehmen ja auch ab und zu mal mit. Und da lernt ihr auch was von der Welt. Herr Zoller, wir bedanken uns. Ich meine, ich glaube, das war eine tolle Chance. Nicht nur für Sie, sondern für viele Mädchen, die jetzt ein bisschen Mut gekriegt haben, auch an sich zu arbeiten. Ich muss sagen, die deutschen Mädchen sind immer noch die besten der Welt. Ja, also jetzt nach Claudia Schiffer jetzt unsere Heiden. Dann bedanke ich mich. Wir werden noch zwei, drei Fotos zusammen machen und Schnittchen zusammen essen. Für jetzt herzlichen Dank.